Hörst du auf die Fresse? Nee, nee. Ach, halt auch die Schnauze, du Pisa. Ich schniedel dir gleich ins Face, Alter. Der, der übelste Augenringe, der schläft bestimmt in Ikea-Wetten. Meine Bruders, wir sind hier zurück bei Riesen-Drei-Titon-Lots hier mit meinem Kumpel Ali und hier sind die Magier. Schön an den Scheißen. Nein, nein, nein. Jetzt rennt er auf uns. Direkt aufladen. Oh Gott. Wir sind fast tot. Wir sollten einmal speichern. Nein! Und wir auf... Nein! Sorry. So. Nein, ich bin kein hyperaktives Kind. Nein, aber... Nein! Es ist zwei Schläge und der ist tot! Yeah! Macht der Erasmus. Der hat einen Orgasmus. Ha, ha, ha. Nee, der liest Bücher. Was liest der denn? Was Bildendes oder nur irgendwelche Porno-Höfte? Nee. Der liest tatsächlich geschichtliche Bücher. Über den Zweiten Weltkrieg. Über die Französische Revolution. All dies. Dafür interessiert er sich. Finde ich gut. Ich bin auf... Nein! Wie die Scheiße aus dem Arsch. Doch, doch, doch. Ich glaube, ich weiß, wie wir es schaffen könnten. Wir müssen hier springen. Halt dich doch da fest, Mann. Ein Stück nach hinten. Noch ein Stück nach hinten. Ah, Mann. Nein! 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 Nein!